So, jetzt erst einmal gucken, wo bin ich das letzte Mal stehen geblieben? Wir hatten 28% dass der See entsteht. Ich wollte hier ein bisschen was pushen, glaube ich. Ich glaube, ich wollte hier ein bisschen Wärme, Luftdruck und Sauerstoff hochtreiben. Weil das jetzt alles relativ langsam läuft. Gut. Wie sieht Strom aus? Wie war denn das mit dem Strom? Stimmt, den Strom habe ich verbessert. Das habe ich weitaus besser angekriegt. Ja. Da habe ich die Bohrer. Habe ich schon bessere? Ne. Und beim Sauerstoff, stimmt, ich brauche die anderen Blumen. Ich bräuchte die besseren Blumen. Dann könnte ich das Ganze nochmal ein bisschen pushen. Am besten sind die hier gewesen. Ne. Ja, 600%. Die sind am besten. Davon brauche ich mehr. Dann gucken wir mal kurz. Was haben wir denn hier noch alles Schönes? Ich habe ganz viel tolles Zeug gefunden beim letzten Mal. Hm, 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 hm. Die waren nicht gut, ne? Ne. Ne. Die war nicht so gut. Hier konnte ich auch noch. Da brauche ich die Algen. Stimmt, das lief auch noch. Das hatte ich da drüben irgendwo hingeballert gehabt. Wachstum. Null. Da geht nix. Na ja, das lassen wir erst mal bestehen. Hm. So. Das heißt, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wir brauchen mehr Temperatur, glaube ich. Im Großen und Ganzen. Eine bessere Heizung. Für eine bessere Heizung bräuchte ich mehr Sauerstoff. Da brauche ich 63 ppb. Wir sind auf ppb. Das passt schon mal. Aber ziemlich weit unten. Dann würde ich doch sagen, dann gehe ich einfach mal auf die Suche. Ich packe mal so zwei Beutelchen davon ein. Kriege ich das noch zusammen? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins. So. Sollte passen, oder? Damit kann ich da den Raum bauen und ich kann die Tür dran bauen. Ja. Genau, das klappt. So. Das kriegen wir hin. Dann. Ich sollte noch schnell was essen, bevor ich losgehe. Da geht noch nichts. Dann futter ich das hier. So. Sehr schön, sehr schön. So. Dann wollen wir mal. Und zwar. Oh, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, wo ich hin will. Ich habe doch das letzte Mal da hinten noch so ein Raumschiffteil gefunden. Das war irgendwo da hinten. So eine Leiter, die aus der Erde kam. Und da ich jetzt mittlerweile herausgefunden habe, dass das nicht nur Trümmer sind, sondern dass ein Raumschiff unter der Erde ist, würde ich da ganz gerne nochmal gucken gehen. Da könnte was sein. So. Hier entsteht langsam Wasser, hm? Langsam entsteht hier was. So, das Zeug hier lassen wir erstmal ein bisschen schwimmen. Da ist auch eine kleine Pfütze. Ist das eine Kiste? Da ist eine Kiste. Vielleicht nehmen wir die mal... Nehmen wir die nochmal mit, oder? Wenn wir das Zeug nicht brauchen, können wir es ja zur Not irgendwo hinpacken. Aber erstmal nehmen wir sie mit. Aber ich würde gerne nochmal zu dieser Leiter, die ich letztes Mal gesehen habe. Wenn ich sie denn finde. Da war es. Zack. Bevor ich mich hier umgucke... So. Dann können wir ja auch mal hier... gleich mal stehen lassen. Beziehungsweise wir können ja auch... Wo haben wir es? Einfach mal ein Spint hier hinbauen gerade. Und gerade mal alles, was wir so an... Guck mal, Wasser reicht mir eigentlich eins, wenn ich es mit runternehme. Essen reicht mir auch eins, wenn ich es mit runternehme. Und das brauche ich gar nicht mitnehmen. Es gibt im Party-Endemates-Pandas. Ja, habe ich gesehen. Ich wusste, dass du dich freuen wirst. Okay. Das kennen wir, glaube ich, sogar schon. Das nehme ich jetzt einfach mal mit. Das nehmen wir definitiv mal alles mit hier. Das war schon alles hier unten. Okay. Ich hätte mir mehr erhofft. Naja. Tja, und nun... Wenn ich das jetzt alles einpacke... ...kriege ich nicht mal mehr mein ganzes Dings hier mit. Das reicht nicht ganz. Ich weiß gerade, weil das ganze Magnesium hier ist. Ja, ich habe jetzt... ...verstehe ich es. Ich verstehe, wo der Fehler liegt. Moment, Moment, Moment. Da ist ja noch der Spinn drin. Solange der da drin ist, kann ich natürlich nichts abbauen. Logisch. Also die Tür ja, aber der Rest halt nicht. Ja gut. Dann gehen wir zurück. Gerade mal. Das war ein bisschen enttäuschend. Aber... Ich kann ja noch ein paar anderen Punkten gucken. Ich habe ja blöderweise immer die Pflanzen zurückgelassen, die Blumen. Ich habe die ja nie mitgeschleppt. Ich habe immer alles mitgeschleppt, aber das nicht. Okay, hier nochmal kurz gucken. Da ist nichts mehr drin. Ich habe auch nicht. Hopp, hopp. Hopp, hoch mit dir. So. Geht doch. So, wo geht es nach Hause? Nach da hinten muss ich. Ah, ha, ha. So, zack. Schmeißen wir hier kurz alles rein. Warte mal, wir schmeißen wir das da rein. Die nehme ich nochmal raus. Dann machen wir 1, 2, 3 brauche ich davon nur. Das passt. Das kann ich mal alles reinschmeißen, das kann ich mal reinschmeißen. Dafür brauche ich auch nur 1. Die schmeißen wir alle hier rein. Das schmeißen wir da rein. Davon reicht mir das auf, wenn ich das so mitnehme. Bzw. kommt, den trinken wir nochmal eben schnell. Körbe sind da, ja. So. Und dann war das hier, genau. Und was haben wir? Okay. Neuen GPS-Satelliten. Etc. Ist okay, kann man machen. Schauen wir hier vorne nochmal. Ich weiß halt nicht, wo ich überall Kisten hinterlassen habe. Hier entsteht auch ein See. Ich hoffe, ich bin immer noch sicher auf meinem Hügel da oben. Ich hoffe, ich bin da echt safe. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wenn nicht, dann muss ich halt doch nochmal umziehen. 150. Das ist das andere Zeichen, bis alles mitkommt. Hier ist und da ist noch eine Kiste. Habe ich das hier alles liegen lassen? Letztes Mal habe ich nichts mitgenommen. Ich glaube, ich hatte auch noch relativ kleine Taschen, wo ich das letzte Mal hier war. Ja, das war es auch schon wieder. Da ist sogar... Der kann ich jetzt schlecht hier liegen lassen. Wo ging es denn hier raus? Wo war denn der Ausgang? So, einmal schon rüberfliegen. Ist hier zum Glück nicht so weit. Gucken wir mal, was auf dem Mikrochip drauf ist. Und da kann ich eigentlich noch so ein paar Pflanzenkübel bauen. Also Pflanzen habe ich eigentlich genug, auch wenn die jetzt nicht die besten sind. Aber bevor die jetzt da halt einfach rumgammeln und ich gar nichts mit dem mache, kann ich auch ein paar Pflanzendinger bauen. Was haben wir hier Schönes? Oh, ich glaube schon, Konstruktions... Okay. So. Was kostet mich denn der Spaß? Silizium, Magnesium, Aluminium. Okay. Der Blumentopf macht nicht mehr, ne? Sauerstoff 5. Sauerstoff 5. Sauerstoff 13. Okay. Also Silizium, Magnesium, Alu. Okay. Silizium. Aha. Ich schmiss mal gerade mal da rein, dass ich das irgendwie loswerde ein bisschen. Die schmiss jetzt auch gerade mal kurz da rein. Silizium. Alu. Magnesium. Was ist da draußen denn schon wieder los, ey? Und Wasser brauche ich relativ viel. Ich habe jetzt mein Atomkraftwerk. Die kann ich eigentlich auch wegbauen. Warum machen wir die einfach? Soll ich hier vorne dran sitzen? Ja, ich sitze hier einfach weiter nebendron. Ich glaube, das ist okay. Geht's einfach mal in die Richtung auch. Ja, das war ja nicht so viel. Vier Stück. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Silizium, Magnesium. Also komm, das kriegen wir doch hin, oder? Bisschen Silizium, bisschen Magnesium. Das sollte ich hier noch ein bisschen finden können. Machen wir das eine. Machen wir noch was. Jetzt findest du überhaupt was in den Schränken, alles durcheinander. Das würde mich wahnsinnig machen. Äh, ja, ja. Das ist mein Chaos-System. Ich komme damit gut klar. Aber du bist nicht der Einzige, der damit wahnsinnig werden würde. Da kenne ich viele. Die sagen, ich könnte das nicht. Achso, ich wollte ja die Dinger hier bei Luft holen. Moment. Einmal kurz tief durchatmen. Und raus. Ah, da, 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 da. Das ist genauso wie meine ultra hässlige Bauweise, die ich hier habe. Einfach irgendwie wo was hinknallen. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Jetzt haben wir wieder neun Stück, die ich schon wieder befüllen kann. So, was ist das Beste davon? Das hat 200, das hat 150. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. Ist jetzt nicht das Beste, aber... Immerhin. Bringt auch ein bisschen Sauerstoff, ne? So. Das war ja hochintelligent, was ich da gemacht habe. Äh. So. So. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Sauerstoff. Da ist noch Platz. Zack. Da ist noch Platz. Da ist noch 30 Prozent. Sauerstoff. Sauerstoff schlubb vor sich hin. So, dann eins, zwei, ne, den nicht. Drei. Eins, zwei. Und ich glaube ein Silizium muss ich mir noch irgendwo unterwegs einsammeln. Aber das ist ja jetzt das kleinere Problem. Jetzt trinken wir mal. Ein Aubergine hinterher. So. Jetzt wenn ich noch wüsste, wo ich die ganzen Pflanzen das letzte Mal zurückgelassen habe. Aber als ob ich mir sowas merken würde. Das ist doch schon mal nicht die Beste, aber eine von den Besseren auf jeden Fall. Nee, nee. Müsste eh wieder zurück noch. Ja. Ich bräuchte einen Teleporter. Ich glaube, der könnte mir ein wenig helfen. Schaffe ich das noch mit meinem Sauerstoff? Könnte knapp werden. Ich glaube, das schaffe ich wieder gerade so. Sehr gut. Silizium schmeißen wir da rein. Schmeißen wir ein bisschen Eisen hinterher. Das Titan kann da rein. Magnesium kann da rein. Kobalt kann da rein. Das Eisen kann da nicht mehr rein, weil es voll ist. Das und das kann da rein. Das kann da rein. Das und den Stoff da rein. So. Gab es eigentlich noch was, was ich bauen wollte? Jetpack Nummer 3 hatte ich, ne? Ja. Stufe 3 haben wir. Hier war nix mehr, was ich machen konnte. Irgendwas interessantes. Ja, ein paar von den Dingern könnte ich noch machen. Habe ich das? Das Taschenlautmodul habe ich. Ich könnte es verbessern auf Stufe 2 Alu-Magnesium-Schwefe. Das dürfte ich sogar haben. Ich bin ja da esimerkaret für Gletschranze die therein. Und zum anderen. So herk 특